Hallo Leute, wir starten mit unserer kleinen Grünkohl-Serie. Wir beginnen, wie wir gesagt haben, mit dem Grünkohl-Smoothie. Okay, was brauchen wir dafür? Grünkohl. Grünkohl oder Kale, wie er in den USA heißt. Na, zwei Hände voll. Ich mache einen jetzt für zwei Personen. Zwei Hände. Ich habe sechs Mal auf die Waage gepackt, wenn einer nachfragt. Das sind gute 100 Gramm jetzt. Den machen wir so ein bisschen klein, also der ist gut gut gewaschen. Je nach Mixer, je nach Leistungsstärke, aber das Mixer, das müsste ein bisschen kleiner schneiden. Muss man einfach ein bisschen gucken, wie er ist. Ein bisschen testen. Braucht ihn jetzt hier nur so zupfen. Dann haben wir dabei Orangen. Auch noch so ein bisschen klein. Also pro Person, sage ich mal, eine Orange. Mit Kern ruhig rein. Kern ist ein super gesund. Und dann haben wir eine Mango. Die habe ich schon mal klein gewürfelt. Die war sehr reif. Natürlich auch toll. Und ungefähr zwei Gläser Wasser. Das ist ja ein großes... Passt das. Das macht ungefähr so round about 800 Milliliter. Deckel drauf. Gut verschließen. Und der muss ich jetzt schon länger laufen lassen. Wir kürzen das Ganze natürlich ab, aber wie gesagt, der läuft schon ein paar Minuten. So, fertig ist er. Sieht der nicht toll aus. Super lecker, super grün, super gesund. Boah, bitte. Ich lasse mir jetzt schmecken. Unten läuft das Grünkohl-Video an. Grünkohl, das grüne Superfood. Da habt ihr die Infos, was wirklich alles in dem Zeug drin ist. Und übrigens am Samstag, 10 Uhr, gibt es dann die Grünkohl-Suppe.